Mit unserem ästhetischen Empfinden und unseren ästhetischen Theorien verknüpft sind. Dass wir uns immer auch etwas vormachen, um überhaupt etwas zu machen. Die spannende Prämisse am Film The Matrix besteht darin, dass es eine Möglichkeit für die Protagonistinnen gibt, zwischen diesen beiden Welten, der simulierten und der echten, zu wechseln. Und dass sogar darüber hinaus die Möglichkeit besteht, weitere Intelligenzen, weitere Wohnen, aus dieser simulierten Welt zu befreien, sie gerade nicht ans Tageslicht, sondern in die düstere, dystopische, von Maschinen beherrschte Realität zu entführen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020